Ja, Leute, willkommen zu einem tollen Video und seit langem mal wieder bei mir, der Cooking Simulator. Aber heute wird gebacken, denn es ist bald Weihnachten und wen hätte ich mir dazu Besseres aussuchen können als HELLO. Hallo. Dein Outfit ist auf jeden Fall schon mal sehr erotisch. Ja, und wir haben heute auch noch ein tolles Ziel, denn das Ziel ist nicht, wer am besten backt, sondern wer am schlechtesten backt. Wer schafft es von uns beiden, die schlechteste Bewertung in seiner Konditorei zu bekommen? Es werden wahrscheinlich Kunden sterben, sie werden krank werden, das ist uns scheißegal. Los geht's. Ey, Alter, ich habe noch nie in meinem Leben gebacken, noch nie. Okay, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hier liegen doch schon kleine... Also hier liegt doch schon ein gefertiger Teig. Donderlade, das war aber gerade ein Erdbeben bei der Gnu in der Bäckerei. Leider hat es dabei auch ein bisschen die Aufnahme von der Gnu verhagelt und deswegen haben wir ein paar Lacks, aber das Video ist trotzdem sehr geil geworden. Also weiterhin, viel Spaß. Also hier liegt doch schon ein gefertiger Teig. Was? Echt? Alter, Kuki-Teig, Biskuit-Kuchenteig? Nö, ich mach meinen Teig selber. Oh, da gibt's Jellybees. Ach, oh Gott, ich sehe es. Butter muss auch rein, ne? Es braucht was Fruchtiges. Nee, Butter nicht. Es braucht was Fruchtiges. Hier, Karotten. Meinst du das gerade ernst? Ich schneide jetzt die Karotte. Alter, Zeitlupe. Hä? Hä, das ist null scharf! Jetzt. Es gibt ja Möhrentorte, oder? Ich liebe Karottentorte. Echt? Also... Bist du schon fertig? Mit was? Mit deinem Teig. Ich hab keine Ahnung. Also, wenn es YouTube nicht mehr läuft, dann machen wir bitte eine Bäckerei zusammen auf, okay? Ein bisschen Olivenöl, oder? Ist das nicht Geschmacksträger? Ahornsirup, das ist geil. Ah, Zucker ist wichtig, oder? Ja! Scheiße, die Pulle ist reingeflogen. Denk dran, die müssen scheiße schmecken, ne? Stimmt, das muss ja... Oh ja. Du gibst dir grad voll die Mühe. Naja, Mühe würde ich das nicht nennen, aber es muss scheiße schmecken. Du musst schon dran denken, also... Auge ist mit. Ingwer! Ich hau Ingwer rein! Ich glaub, ich brauch aber noch mehr Mehl jetzt, weil ich hab da so viel Flüssigkeit drin. Zu wenig Mehl! Oder? Wie ist denn das denn echt? Mit was? Mit Teig. Ja! Ich muss dir ehrlich sagen, ich will eigentlich gar nicht viel dazu sagen, aber ich kann echt nicht backen und ich hab Angst, dass die Leute mich jetzt gleich fertig machen. Hey, du hast die ganze Zeit gesagt, du kannst backen. Mit meiner Mama! Ja gut, das kann ich auch! Nice flex, ey! Wieso gehen die Teller nicht mehr kaputt, Helmo? Teller kaputt? Warum Teller? Du brauchst deine Schüssel aus der... Ich will aber Glasscherben reinmachen, Mann. What? Oh, lol! Warte, kann ich ein Messer reinmachen? What the fuck? Schön einbacken. Yo, das geht! Oh, geil, warte! So, machen wir mal an. Lol, der hat das wirklich zerhexelt. Echt? Das ist einfach ein komplett grüner Klumpen. Oh, geil. Ich will auch. Ein bisschen mehr Konsistenz, ein bisschen fruchtiger. Oh, scheiße, der ist runtergefallen. Ja, perfekt. Warte, genau, ich werfe den noch ein bisschen durch den Raum. So. Yo! Okay, also du hast jetzt wirklich schon so richtig schön runden Teig. Ich hab so'n... Ich weiß nicht, ob... Also, es steht Teig dran. Alter! Bei mir steht Suppe. Ja, siehste, du hast zu wenig Mehl. Jetzt hab ich nicht vor Ort verbracht, sag, das wird nix. Oh, Gott. Was ist das? Was passiert? Och nein, mein ganzes Ding ist ausgelaufen auf dem Boden. Es war ja nur Suppe. Machst du das jetzt schon rein? Weil ich koch jetzt erst... Ich back den jetzt erst erst. Ich glaube, das kann man erst, wenn er fertig ist, ja. Okay, weißt du, wie viele Minuten... Ja, ey. Ich hab noch nie in meinem Leben gekocht. Wo soll ich das wissen? Doch, ich hast doch gestern gesehen deine Story. Kuchen und so auf richtig hohe Gradzahl, oder? Ich glaub, es waren so... Oh, es sind 210. Ich hab keine Ahnung. Ich seh schon die ganzen... Das musst du doch wissen! Und es sind... Ich schreie dich nicht an. Ich mach 110. So wie du gesagt hast. Warum sind da überhaupt... Nein, nein, 220. Warum zweimal? Warum muss ich es zweimal einstellen? So, ich könnte auch, glaube ich, mit dem Feuerlöscher draufsprühen. Als Topping. Schöner Lösch... Schöner Löschschaum. Ich tu den mal auf den Toppingtisch. Oh, lol. Ich hab hier ne Gaskartusche auch noch. Geil. Ja, das machen wir am Ende. Dann tun wir ganz viel Gaskartoschen in unser... In unser Fenster und schmeißen dann Feuerzeug drauf. Ja, nicht, dass meins halt nicht mehr grün ist. Oh, nein. Nein, die sind schwarz. Nein. Hä? Die sind pechschwarz. Sieht aus wie ein Stück Kohle. Nein, meine Augen. Scheiße. Hä, da steht sogar dran, wie lang man die kochen muss. Jetzt wird gespritzt. Hä, was denkst du denn? Kann ich das irgendwie auch platzieren, wie ich will? Oh ja, tatsächlich. Also Leute, die mich kennen, wissen jetzt schwarz ich vor. Das ist no surprise at all. Natürlich mit weißer Füllung und die vor allem auch. Das sind Kohleherzchen mit Scheiße. I'm 12, by the way. Mann, das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann es nicht ablegen, Mann. Mann! Alter. Scheiße. Jetzt möchte ich mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen hier. Los. So. Das hört sich an, als würde ich jemanden mit meinem Kuchen pissen. Urinierter Kuchen ist fertig. In der Weihnachtsbäckerei. Da kommt doch Weihnachtsstimmung auf, Leute, oder? Gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirch. Yeah. Das hat doch eine gewisse Note, damit das Ganze auch geil ist. Wie bitte? Was denn? Es ist alles explodiert. Was? Mein Kuchen ist weg. Der ist explodiert? Nein, der ist weg. Wie ist der denn weg? Es ist alles kaputt. Hä, was ist passiert? Ich habe halt jetzt daneben dieses blöden Gaskübel hingestellt und habe ein bisschen den Flampeiert. Und da ist der Kuchen weggeplatzt, oder? Es ist alles weg. Es ist nichts mehr da. Hä, aber liegt es verstreut auf dem Boden oder so? Nein, der ist einfach kaputt. Es gibt sie nicht mehr. Hä? Als ob der einfach platzt? Ja, der ist... Ja, wie in der Morgen. Zünde die Lunte an. Oh nein, du nimmst jetzt einen Feuerwerkskörper. Lol. Äh, dein Kuchen wird weg sein. Geh weg vom Kuchen. Geh weg vom Kuchen. Was ist das? Was ist das? Die Benutzung des Chaos-Werkzeugs deaktiviert die Möglichkeit, das Spiel zu speichern. Mach das mal. Feuerwerkskörper? LOL. Ich kann einen Feuerwerkskörper verschießen. Einen Feuerwerkskörper. Fupp. Okay, ich habe eine Hand of Blood-Torte gemacht. Wie gehe ich zurück hier? Oh mein Gott, nein. Ey, das Spiel ist schon verpackt. Wieso ist das passiert? Ich wollte gerade die Hand of Blood-Torte fertig machen. Jetzt ist alles geplatzt. Alles ist weg. Hä, wieso ist wieder alles geplatzt? Keine Ahnung. Du kriegst jetzt einfach eine Hand of Blood-Currywurst. Das ist mir jetzt Wurst. Also, ich bin fertig. Ich auch gleich, warte. Ich bin gerade noch dabei. Das ist alles hingefallen. Nein. Gut, dass es halt hin und her wackelt. Was ist das für ein Feature? So, ich mache das so. Ey, das ist so dumm. Ey, das ist wirklich dumm. Schau mal, in der Anrichte, ne? Mhm. Da sind ja Tabletts. Ja. Und die kann man nicht rausnehmen. Ich bin gerade auch dabei, das Ganze hier zu beenden. Okay. Ach, ich habe zwei Sachen bestellt. Stimmt. Hä? Ey, das ist so bad. Was ist denn passiert? Entschuldigung. Hau raus. Piep mal raus. Ey, das ist doch komplett scheiße. Hau raus. Ich habe auf dem Drehteller jetzt das Blech tun wollen. Richtig vorsichtig wackelig, weil man das nicht so, wenn man es automatisch macht, ballert alles durch die Gegend. Und dann will ich den Drehteller anheben und der geht durchs Blech und alles fliegt auseinander. Ja, das ist scheiße. Das ist so ein schöner Kuchen. Der wird nochmal schön drüber gepisst. Pupp. Wunderschön. Ich bin fertig. Wie mache ich ein Foto? Muss ich jetzt die Torte nehmen und dann ins Schaufenster stellen? Warte, warte, warte. Ja. Alter, alle Plätzchen wurden gefressen bei mir. Und da kamen ganz viele Like, Daumen. So. Okay, ich sehe meine Qualität. Okay, ich gehe mal davon aus, es gibt 1 bis 100. Also, ich sehe jetzt gerade die Reaktionen auf mein Bild, die sind ganz gut. Ich habe 14 Reaktionen. Ich habe 16 und die Leute haben es geliked, das ist eine Hand of Blood Torte, scheiße. Geil, der wird schon mal besser. So, Wertung, was hast du da? Ja, 21. Ich habe 18. Oh, scheiße, nein. Damit habe ich gewonnen. Geht's doch nicht, bei mir ist alles drin, Glas, Salz. Ich habe ein Küchenmesser drin. Die ganze Pulle rum. Ich mache dann gleich noch das große Finale und jag alles in die Luft. Ich würde mal ganz kurz gleich das Finale hier nochmal anbringen, denn ich glaube, ich und Heno sollten auf jeden Fall weiter in YouTube machen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und checkt ihn unten in der Beschreibung ab, ihr kennt ihn ja eh nicht. Ihr kennt ihn ja eh nicht. Nice, gut. Ihr kennt ihn ja eh alle schon. Okay, ich schmeiß jetzt. Fop. Boah. Okay, ich habe riesigen Teig nochmal gemacht. Okay, ja. Meine Küche ist proppenvoll mit Teig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.